hallo und willkommen zurück auf meinem kanal grounded ist unser spiel und wir sollten eigentlich die eiche untersuchen ich musste allerdings noch schnell was trinken und ja auch essen und dementsprechend da ist unser ziel dann müssen wir hin zum eichenlabor dahinten wo es am dampfen ist und jetzt behalte ich mich wir wollen da ja flinken und alles schick untersuchen nämlich zwischendurch was mit was haben wir hier eigentlich das geht überhaupt nicht schade na gut lov 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 wenn die bin ich darüber gekommen beim letzten mal also das was marcel mir im kommentar sagte noch mal danke an dem marcel und jetzt sind wir im labor also noch nicht drin aber jetzt ich weiß noch nicht so richtig was uns dieser skip unten sagen will ist das hier sehr schön gemacht man nebenbei bemerkt sind davon dass ich gerade bis zerstört ist und los nicht weiter gehen ja ich hatte auf jeden fall noch schnell was zu trinken gerade noch geschafft anzuhalten mitsprechen ok also beim letzten mal ich hatte ja auf die schnelle noch versperrt wieso versperrt damit geht nichts gut vielleicht hier vielleicht hätten wir hier auch was gefunden wäre schön gewesen allerdings auch vielleicht weil die zeit läuft wollte ich nicht setzen sondern lieber direkt was finden und trinken aber hier kann ich mal unter nichts machen das ist ja zum glück auch noch gut gegangen ok da soll ich hin das ist schön so ist weiter untersuchen ok aber wie kann ich untersuchen wenn hier nichts passiert wasser verband moment wie waren das so gleich den hatten wir noch nicht angestellt hat uns was gefehlt jetzt kann man sogar ein ameisenhelme herstellen aber ameisenbrocken nur nur zwei ok also wir müssen die jagd auf ameisen machen und auf milben ne maden maden genau so noch mal kurz in die aufgaben direkt reingucken ja wie soll es durchsuchen wenn hier nichts weiter passiert kommt schon leute ach so oh bergel transcription unit 87.9.5 order number one robot i need you to monitor these power fluctuations and inform me if they exceed acceptable limits hello my name is bergel and i will be serving you today i specialize in cooking flipping and grilling haha grilling a feature useful only to your obsolete burger flipping brethren now consigned to the scrap heap i need you to monitor these readings burgel and isn't it redundant to specialize in cooking and grilling understood appending monitor power fluctuations to my prime directive list deprioritizing grilling good now get on with it ok dann kann wir das gespräch nochmal nachlesen das haben wir jetzt erst mal getan das ist gut das hatte ich eben schon erwähnt dass es gut ist da auch noch was? nö komm schon irgendeine tür hier wie soll ich hier was untersuchen? wenn ich nichts machen kann okay das aussieht hängig hier irgendwie irgendwas übersehen da oben? ne ne nur strax sind wir hier runter muss mich langsam auch schon wieder um trinken kümmern drum wäre die wasserflasche schön kann ich hier irgendwas machen? eigentlich nicht ah moment mal moment mal wir haben doch ein brechwerkzeug das nennt sich hammer krieg vielleicht damit auf? ok dann würde mir doch ein hammer auch anzeigen oder? ah komm einmal noch nö ok das ist also nicht das was wir machen sollen hier auch nicht wie ungeschickt ist denn das jetzt? ja gut ähm aber was bitte soll ich hier untersuchen? aha ok gut hm hm und jetzt? jetzt willst du sagen was? nein und immer noch nicht? hm tut sich nicht ah das kann ich hier machen wo ist muss ich mir die alle grün kriegen? muss ich mir die alle grün kriegen? nochmal besuchen probieren hier ja ich mach den nö eh eh nochmal so ah und nö dann versuchen wir es hier aha rumpel 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 türen sind offen nein nur die eigenen ok mua wer bist du? wer bist du denn? ach warum haut der uns? wie gegrillt der hat mich gehauen boah nö respawn gut gut wir sind also am zelt wieder gut dann boah jetzt bin ich aber unser rucksack ist da hinten aha böser roboter das naja brauchen wir nicht los 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 gleich mal gucken ob ich was zu trinken finde da einmal klopfen dann kommt der tropfen nein ist eine boah sind die 14 gefallen da nö nö da was ok also nicht in der nähe von 14 machen ne 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 ok nicht so gut soo da wir respawned sind würde ich sagen da ist doch was schlupf sehr gut die pilze lassen wir ausweilen ich will meinen rucksack wieder ja gut ok was haben wir denn da ist das denn laus ja laus so hm was ist das saftklumpen saftklumpen ok gleich mal ausprobieren hier komm so da liegen auch noch welche noch irgendwo was nö nö und und los weiter 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 und ich darf auch rein ich geh mal draußen mit spinnen nö bin ich gerne oh mach den nein 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 diesmal muss ich abhauen nö ich will mir erst Helm und so weiter herstellen das lass ich jetzt was ist das wo bewegt sich das ahja marienkäfer ui gut au das hört sich nicht gut an ach da ui immerhin hatte ich den achtbeinantrieb und und dementsprechend haue ich da lieber ab so moment wo ist jetzt der eingang nö am letzten mal habe ich ihn so super gefunden uh gut das war nur eine Ameise aber ich glaube da müssen wir hin ja das sieht gut aus oh super ok wir sind wieder im spiel uff so na warte ab den bot kriegen wir ja da ist er da ist er ich kann nicht immer nur weglaufen ui aber ich weiß ja das momentan für eine gute Idee ui 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 ja respawn und dann würde ich sagen ich schneide bis ich wieder da bin und dann bis gleich so da bin ich wieder und dann werden wir uns mal die tasche schnappen alles klar inventar alles wieder hier so ja ich muss sagen ich bin ein bisschen ratlos wie ich jetzt weiter vorgehe außer dass mir eingefallen ist ich hätte vielleicht blocken sollen wer also bevor ich das hier mache ich brauche erst die metz damit ich mir die helme und so weiter bauen kann also den helm gucken ob ich hier nach armeisen denn ich möchte ein bisschen die chancen erhöhen ich fühle mich ein bisschen minder bemittelt so denn wenn wir uns erinnern käfer und so weiter haben irgendwie im panzer ich nicht so wo finde ich jetzt eine armeise wenigstens mal irgendwas noch schnell bauen hier super riesenfütze oder ein teich wo finde ich eine armeise wenn ich eine brauche ich drücke die daneben da los nimm dies und das komm schon ich krieg dich so da ist noch was zu trinken so gut kann ich jetzt den helm herstellen ja das sieht nicht gut aus moment wieso kann ich den nicht herstellen werkbank wir brauchen eine werkbank grasplatte fehlt uns jo dann wo ist doch noch schnell eine grasplatte dafür brauchen wir gras ja dann hat man doch gras um so wie war das drei stück das sind die auch noch da ist noch eins komm ich nicht ran hey jetzt wird tafel ok 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 gut kann ich die werkbank denn auch da drinnen bauen oder muss ich draußen bauen wieder hoch ja weiter wenn da drinnen wäre es vielleicht ganz praktisch also wenn es da drinnen gehen würde so machen wir das doch mal und eine werkbank das ist rot soll wohl bedeuten es geht nicht brauchen wir jetzt die vier ach quatsch ähm so jetzt äh nicht drei hm naja gut wir haben eine werkbank so werkbank benutzen äh ok gut ja gut dann würde ich sagen ich besorge die beim nächsten mal und dann rüsten wir uns hier auch ein kleines bisschen aus und ich hoffe es hat euch gefallen nehmt ihr noch ein abo mit und ein paar kommentare ihr könnt natürlich auch auf den discord kommen der ist unter dem video verlinkt und vergesst die bewertung nicht bis demnächst ciao